Nein, komm schon! Dein Gesicht interessiert mich nicht. Nur deine Lippen. Ich habe Verpflichtungen. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Jeder weiß, dass Fisk ein Gauner ist. Aber du denkst, dass er der Verbrecherboss von New York schlechthin werden will? Das habe ich gehört. Ich arbeite mit Whitney Chang an einer Story, aber sie braucht Beweise. Das ist ein Gauner ist ein Gauner, das 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 ist ein Gauner. Untertitelung des ZDF, 2020